Hallo und herzlich Willkommen zurück bei den Amtsgamern. Mir spielt wieder Kollege Hänser und wir beide spielen wieder Altis Live. So, nicht wundern, heute kann es sein, dass die Aufnahme sich ein bisschen anders anhört und aussieht. Da ich eine neue Grafikkarten habe und wir gerade probieren mit Shadowplay das aufzunehmen. Was an sich ja gar nicht schlecht funktioniert, weil ja da ein eigener Chip verbaut ist für die Aufnahme. Das einzige Problem ist, man hat noch eine Tonspur. Das heißt, Microsound und In-Game-Sound bzw. Theme-Speak-Sound kann man nicht aussplitten. Und das wird halt alles in einer Tonspur zusammengeworfen. Da hat halt die X-Story einen großen Vorteil, sage ich einmal. Ich bin voll. Wo bist du, Hänser? Ich bin schon unten beim Bakomaten. Ah, ok. Also bei den Geschäften, oder? Du hast was zum Trinken, was zum Essen und dann können wir damit beginnen. Andere Menschen ihren Hab und Gut. Ich wollte kurz sagen Guts. 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 Fängt ja schon gut an. Ja. Daher. So. Guts. 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 Mal doch. Interessant Hallo Ja grüß Gott Hallo Grüß Gott Ein swearer Hallo Was habt ihr vor? Wir süßen Wo habt ihr die schicken Anziege her? Cardshop Gibt's hier? Ähm, auf der Map ganz rechts außen ähm bei Sofia So in der Nähe irgendwo ein bisschen uns hintreiben wir lassen uns da jetzt noch ein bisschen geriesel sozusagen von unsere ideen wollen auch jemals machen wird geschossen wir haben jetzt mal auto oder dort jemand geschrieben heli kommt aus der fliegsbahn wie von der oder? Ja, du. So, warte mal. Ich habe hier einen Schlüssel, gell? Zur Sicherheit, weil ich weiß ja nicht, ich habe ja gerade erst diese Grafikkarten installiert und so weiter. Weiß man ja nicht, ob da nicht der eine oder andere Bug auftritt. Oder auch loskommt. Ja. Was kann bei einer neuen Grafik gerade natürlich immer passieren? Jetzt fahre ich mal in die Woche. Keine Ahnung. Wo bist du der Boss? Boss? Boss! Sollen wir in Richtung zu den Heli fliegen? Fliegen? Äh, fahren. Also ich bin ja der Einzige, der, was ich da schon gut drauf habe. Als Polizei. Moment. Da wird geschlossen. Du die Waffen hinein wieder. Eine Waffe? Weil das ist, glaube ich, eine Polizeiheli. Du die Holste. Glammst, dass du dich schießt. Wirst du da rumfahren? Wobei, das ist ziemlich dämlich, da werden wir ganz sicher aufgehalten. Da werden wir ganz sicher aufgehalten. Und... Da könnten wir auch umhelfahren und in Fragen... Da gibt es illegales Glücksspiel. Siehst du das? Ja. Da könnten wir es einmal anschauen gehen. Das ist ja neu. Und da noch... Und da noch... Und da noch... Das ist bei... Podopoli. Und ich würde sagen, da noch gehen wir... Wo ist das? Podopoli. Podopoli? Kannst du denn das mal schauen? Ganz oben unser Baupfer. Wo ist denn das Podopoli? Ah, da oben, okay. Podopoli? Ah, okay. Let's go. Oh, was ist denn jetzt los? Was ist denn los? Bei mir... Jetzt mockert das ganze alles so komisch. Wie schlecht ist das, weil du den DLC nicht hast. Nein, nein, das ist nicht wegen DLC. Das ist ein Bug. Schau mal, der transportiert was. Ja, hab ich gesehen. Oh, noch ihm! Der, mal kurz stehen bitte. Warte. Kann ich nicht spielen. Der Manker hat keinen Kopf mehr. Die Ego-Perspektive funktioniert genauso wenig wie alles andere. Im Moment, ich genommen der eine. Jetzt fahr wieder. Oh, da geht's ja voll ab heute. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Das heißt zwar, dass wir wahrscheinlich wieder Ausrüstung verlieren, aber das wird zwar wert sein. Ja. Na ja, schauen wir mal. Jetzt fahr mal ein bisschen um da. Kann man da nicht rechts abkürzen? Ja. 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 Bei der Performance haben sie das jetzt ein bisschen besser hingekriegt als vorher. Ja. 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 Ja, ich mein, ich hab jetzt keine Ahnung, wo wir gerade sein, aber. Oder nicht? Ja. 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 Ja, ich mein, ich hab jetzt keine Ahnung, wo wir gerade sein, aber. Oh, das ist ein Problem. Da links. Oh, das ist ein Problem. Ja, genau. Oh, ich glaube. Das ist eine Idee. Das ist ein Problem. Nein, nein. Ich habe es dir einen Problem. Wir sind gleich beim illegalen Glücksspiel. Weißt klar. Glücksspiel. 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 So, da ist es. Schauen wir, was wir da haben. Oh. Können wir noch Glücksspiel? Glücksspiele. Roll the Dice. Ein Satz? 500. Eben nur 400. Und jetzt? Und jetzt? Ich habe 400 verloren. WTF? Können wir es ein bisschen langsam auch machen, damit es irgendwie so kacke ausschaut. Jetzt sehe ich irgendwann Bankomaten. Wenn wir jetzt so viel Zeit da verbringen, oder? Ja. Ja, eh nicht. Aber wir haben noch 400 gehabt. Achso, okay. Das ist blöd. Ja, da muss der mit voll viel herkommen und dann genau Glück haben, dass wir 5 oder einmal 10 kriegen. Ich habe gleich 400 verloren. Komm, ich war schon über 1000 verloren. Was ist nicht da? Es war interessant, gell? Ja. 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 Jetzt gehen wir auf volles Risiko. 760. Spielen. Nein. 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 Du schwein. So, ich war Bankomaten. Ich bin mir jetzt hier, ob der da oben funktioniert. Ja. Wenn er raus ist, schau mal heute einmal. Go, go, Power Rangers. Tschüss. No. No Function. Okay. Wo ist noch der nächste? Wuuu. Du hast mich überfahren. Lebst du noch? Ja, aber knapp. Ich werde sie behandeln. Seht doch schon selbst. Es hat so gelegt, deswegen. Genau, du Schwein. Das war auf pure Absicht. Alles gesehen, wird gehört. Ja, wohin werden wir fahren? Wo könnte man jemanden was abnehmen? Wie könnte man in Richtung Schmuckhändler fahren? Einmal da rauf. Und dann eventuell diese Drogenhändler-Geschicht da links. Sollen wir es uns heute machen, ja? Ja. Sollen wir machen? Dann würde ich aber sagen, wir stoppen wir das dabei, diese Aufnahme und melden uns dann beim, ja, wenn wieder ein bisschen Action ist, gell wieder, gell? Alles klar. Wir machen hier vor den Ford, jetzt wird es sonst ein bisschen fahrt und vor den Ford hier hin. upsetting. Bis gleich. Bye. Bye.